So Leute, ich hätte mir vorgenommen, euch ein wenig noch zu Lunar zu zeigen, und zwar die tatsächliche Box, in der das Spiel kam. Jetzt muss man natürlich sagen, das Spiel hatte schon davor Releases, und die Version, die wir jetzt gespielt haben, die war halt die vollständige, mit theoretisch mehr Inhalt. Ich habe keine Ahnung, was davon der mehr Inhalt war, aber wir haben es mit mehr Inhalt gespielt. Soweit ich weiß, unter anderem, die Sache mit den Schmuddelbildchen ist mehr Inhalt gewesen. Und ja, ich habe es über einen Emulator gespielt, weil ich die Version, die ich hier habe, nicht spielen ließ. Und, weil, ist es halt so, ich bin mir mit der Technik da nicht sicher, aber es ist so, eh. Aber das ist die Box, in der das Spiel kam. Jetzt habe ich mein Handy, weil ich keinen Stand dafür habe, mal so ein bisschen aufgebockt. Deswegen hoffe ich, dass ihr trotzdem alles relativ gut sehen könnt. Das ist die Box, Silver Star Story Complete, und die spoilert halt direkt, ne? Wenn man sich das so anguckt. Wir haben Galien da oben, wir haben Alex in seiner Drachenmeister-Erhustung, wir haben die böse Luna. Wir können die Box drehen. Dann haben wir immer noch Alex. Haben alle Charaktere, die da sind. Animierte Gewalt, Suggestive Themes, das finde ich auch sehr schön. Ja, wir haben, wir sammeln Porno-Bildchen. Also, das sind vier Discs, ne? Wir haben die Spiele-Discs, wir haben eine Musik-CD, ein exklusives Luna-Making-of, 100 Seiten von einem Leder, äh, Leder gebannten Manual, also eine Anleitung, zeige ich auch noch. Wir haben in diesem Buch tatsächlich eine kleine Lösung für die ersten Teile des Spiels und eine Karte, die kriege ich hoffentlich auch mit aufs Bild. Aber es ist ein wunderschönes, wunderschönes Boxchen. Nur halt, wenn man es gar nicht kennt, so wie ich, wie ihr, dann ist es ein riesen Spoiler. Finde ich ein bisschen komisch, aber ist okay. Ne, das ist die Box als solches. Dann kommen wir zum, zur Hülle. Auch hier, ne, wie gesagt, vier CDs. Wir haben unser Luna. Ich nehme mal an, das ist tatsächlich Athena's Schwert am Ende. Und das sieht mega ungemütlich aus, das festzuhalten, aber egal. Hier auch wieder, zum einen, dieses Spoiler-Ding, zum anderen, das ist ein Upskirt, wenn man so will. Ja, cool. Und das war damals noch so cool, ne. Diese bedruckten CDs. Hier ist der Musik-Soundtrack. 24 Lieder geht eine Stunde. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den jemals auf meinen PC gezogen habe, aber egal. Die nächste Disc. Und dann nochmal Nash mit Galleon und Mina. Äh, Mia, wie soll ich immer Mina sagen? Das ist egal. Also, ne. Ein schönes Teil. Ein schönes Stück meiner Sammlung, wohlbemerkt. Und dann, dieses Buch. So. Ne, schön anfassbar spürt man. Hier noch ein Playstation-Logo eingebaut. Und ich will jetzt nicht jede Seite durchgehen, ne. Aber da haben wir den Cast. Haufenweise Content. Hier haben das Menü erklärt. Normale Menüs erklärt. Rame ist existiert. Quark sieht immer noch hässlich aus. Spoilert jeden Charakter, den es irgendwie gibt, ne. Gut, vielleicht haben nicht. Was ein bisschen weird ist, weil sie trotzdem alle anderen Charaktere vorstellen. Exklusives Artwork wieder. Ich liebe sowas ja, ne. Hier. Szenario-Writer-Interviews, ne. Es ist wunderschön. Und. Sehr, sehr umfangreich. Wie man merkt, weil sie hier werden immer noch Nerds, äh, äh, Menüs erklärt. Kampfmenü erklärt. Wie man in einem Shop einkauft, wird erklärt. Ein paar Rüstungen, etc. werden illustriert. Hier sieht das Sternenlicht komplett anders aus. Witzigerweise. Hier sieht es aus wie ein, ja, weiß ich nicht. Eine Murmel, ein Licht, wie auch immer. Im Spiel sieht es aus wie ein Drachenauge. Ein bisschen Magie. Hier sieht es einfach nur aus, als würdest du sagen, das Böse muss verbannt werden. Ist ein bisschen weird, aber gut. Auch hier wieder, ne. Alles. Jede Magie wird gespoilert, wenn man sie denn gespoilert haben will. Mehr Artworks. Mehr Interviews. Immer wieder schön, sowas zu sehen. Übersetzungsnotizen. Ein paar Schwerter, die erklärt werden, ne. Ein paar Gegner, die hier benannt werden. Hier die erste, ne. Das ist jetzt der Auszug aus der Lösung. Hier so das erste, wo man lang geht. Wieder schön anzusehen. Äh. Das Story-Ding. Und der Beweis, das kommt jetzt auch gleich noch. Was ich mal in LP angemerkt habe. Da oben steht das. Ist viel einfacher, wenn Alex und Duna auf Level 10 sind. Alex nutzt seine Technik. Sie benutzt den Song. Und das ist das dann. Der Kompromiss. Das macht die ersten zwei Kämpfe alleine. Und dann kämpfen mit ihm. Duna ist genähert. Und man kommt durch. Es ist so, ja, ne. Ist klar. Ich mach das mal mit ihr. Ähm. Die Lösung selber geht jetzt nur, glaube ich, bis Mirivia. Mirivia. Also unsere kleine Lösung hier. Und dann kommt hier die Werbung. Hey. Kauf es doch. Natürlich gibt es die Lösung mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, soweit ich zumindest weiß. Aber wenn ich könnte. Yeah. Und natürlich zu guter Letzt. Ich habe es seit Jahren eingerahmt an meiner Wand hängen. Und man sieht natürlich nicht alles. Muss ich vielleicht auch mal die Kamera hochheben. Ist nicht ganz so schlimm. Ist ja das Ende jetzt. Diese Karte. Ist nur ein Stück Stoff. Hängt eingerahmt bei mir. Ist ein schönes Teil. Luna. Diese Box. Richtig schönes Teil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt entlasse ich euch in die Outtakes. Die gehen auch nochmal 22 Minuten. Und das war dann das LP. Macht's gut. Ja. Hopp. Hopp. Did you see me? I'm going like this. Don't look up. Riding on the range. Hopp. Hopp. Okay. Hopp. Ja. Ha. Hopp. Hopp. Shut up. I know. I was all like, bad girls, that movie with Drew Barrymore. Speaking of bad, I'm a cowgirl. Hey, even cowgirls get the blues. No. Not saying it. I don't want any outtakes in this game. Because when I went into the office last time, I was so embarrassed, because everybody in the office hated me and knew what a dork I was. Ow. But excitement of that kind of excitement of that kind is a long way from Berg. I'm sorry. I'm so strong. I was just total concentrating. You clicked in for like two seconds, deeper, thinner, higher, go. Too deep, thinner, higher. Just like four shirt, like, you know, adjectives to describe, like, the direction you wanted me to go in. What else would I be? I can get this. I can get this. Listening to farts will make me laugh, I promise. Am I sounding excited enough? No, 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 no. For, like, like, the way Alex needs to sound, am I excited enough? Is it just I'm not getting the voice right? Am I, is my voice displaying enough excitedness? My voice. We're talking about my voice here. The actual line. What are you talking about? I'm sorry. I don't know. I just, I just, I open my eyes really wide to try to, 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 kind of, like, I don't know. Get the feeling with the character and it just, it hit me funny. I have no idea. God, I just turned into the Budweiser frog. This is taking on a very bad light. I refuse to do this scene. I refuse. I refuse. It's, I'm under 18. Alex, you're late again, silly. I bet you're whittling away the day, sorry, the whole day, not just the day. The whole day. I missed the whole. I said the day. Wait. I felt a bubble coming up because I just took a drink. A bubble. And I, I knew if I said the word Alex, it would come out right then. I'm sorry. Alex, never stop believing. I did it again, huh? Never, never stop, okay. Never stop believing in you. This is bad. I'm sorry, Alex. Totally fake. Totally fake. You shouldn't have interfered. There's no way. I'm sorry. I got my lines mixed up. Dang. That was close. You almost didn't make it, Luna. Luna. I'm like a little panting dog. I'm getting all hot and sweaty here. Hey, Alex. I figured you might be here. Now that the weather has melted the ice. Sorry. The weather's melted the ice. Hey, Alex. I figured you might be here. Now that the warm weather has melted the ice near the dragon's cage. He's not in a cage. He's in a cave. Okay. Sorry. Hey, Alex. I figured you might be here. Now that the warm weather has melted the ice near the dragon's cave. There isn't any time to waste. Get started on. Get started on. Get started spreading the news. Sorry. Hey, Alex. I figured you might be here. Now that the warm weather has melted the ice near the dragon's cave. There isn't any reason for us to waste time starting our big adventure. And I screwed up the lines. Again. I'm sorry. Hey, Alex. I figured you might be here. Now that the warm weather has melted the ice near the dragon's cave. Sorry. I was doing Captain Kirk. Sorry. I know. Sorry. I think he's Captain Kirk now. Don't do that. Subliminal. Then we can get hugely fantastic. Sorry. I was doing Arnold. Then we can get. Did I start done? We can get. Then we can get. Then we can get. Then we can get a hugely. Waking the dragon. Then we can get a hugely fantastic diamond from its lair where thousands and thousands of shit. Damn, I had a good one, too, and I got caught. Sorry. Sorry, honey. What a hapless bunch you are. Lucky. I'm going to go back to the lawyer talking like this. Yeah, yeah. I want my kid. Yeah, yeah. Stop. 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 Life's imitating art. Okay. I see a bright future that resides in. I see. Yeah, I knew that. Okay. I was getting into my character. I was just lost. You should have gone with it, man. Okay. Ready. I see a bright hope for the future and cheap pampers. I just had to do that. I know these things. Russell. Russell. That's funny. I heard it on the headphones. It's like. It's like a ferret climbing up my shirt. Since you're new, I'll warn you. Yeah, if you dare make any sort of trouble in my town, I'll s- Pfft. I'll s- I'll warn you. If you dare make any sort of trouble in my town, I'll pop your tiny little heads off your twiggy little necks and pop you in the pooter till your butt bleeds. I know what I want to do. I just have to get it out. Where's the bathroom? I warned you I could see. I really suck. I warned you I could see many things. Unfortunately, I've now- That was going to be good, too. I warned you I could see many things. Unfortunately, that sucked really bad. No, because it all blew like a weird hair up and in my sinus and then out and I got some space dust. Anyway, sorry. Wait, 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 wait. I can't remember what you want. Okay. I know, I know, I know, I know, I know, I know. I know, I know. I know. I know, I know. But I know, I know, I know. But I have to go with you. I just don't understand this line. Not Galleon, dear Quark. Not Galleon, dear Quark. Not Galleon, dear Quark. Magic Emperor of Galleon. Magic Emperor. It sounded like Werner Klemperer. Not Galleon, dear Quark. Magic Emperor. Why do I keep saying Emperor? Emperor. Ha 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 ha. Oh, no. Galleon, yes. That was a shit crappy. That was a nasty crappy outtake. I hate it. Everything about that I hated. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Amazing, isn't it? Behold the long-forgotten Fortress of Alfina. I hated that. Everything about that I hated. Hmm. 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 This is so dumb. Hmm. 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 Ha 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 ha. What a delightfully inept showing that was for the good team. With them out of the way, I now can claim the title of Supreme Emperor. No, it's ruler. Ha 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 ha. Ha 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 ha. What a delightfully inept showing that was for the good team. With them out of the way, I now can claim the title of Supreme Ruler. The world is now my... I can't, I can't do it. Okay, sorry, I'll do it right this time. I can't get through this f***ing sentence. I just can't get through it. Sorry, I almost threw up. Okay, I'm ready. Stop before the path you have chosen strips you. Tongue twister. Why have you... I was already going into Kirkism. Why have you done this? What is it that you can see that I cannot? Tell me. Did you want the tell me in there? Oh, I'm sorry. Tell me! Why have you done... I don't know. F***ing... What does a sigh sound like? But you want it shorter than that. Okay. I can't sigh! Okay. Ha 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 I don't know what my name is. Okay. That was a big one. I wonder why this was hidden beneath the goddess towers. I was saying garden so bad. I wonder what's a garden tower. Why am I saying that? I wonder why this was hidden beneath the goddess tower. I think this dragon master is a fake. In fact, I bet he's even a bigger phony than my former boyfriend. A good fight is just the ticket to get over that. Blah. Blah. Or talking. I'm not sure what happened, but I'm not giving you an outtake. I hate you. Impossible. Too cheery. It's all impossible. Him impossible. Impossible. That last one was horrible. It's all. Nasally. What a night. Kyle had himself another night of wine, women, and song. Just between you and me. I think I had a little too much of the wine. No, that's not working. I'm way behind on it. I don't know what the deal is. Just say it. Just say it. What a night. Kyle had himself another night of wine, women, and song. Just between you and me. I'm way too slow again. That wasn't as easy as it looks, honey pants. What did I say, honey pants? That wasn't as easy as it looks, honey pants. It wasn't an Isuzu, honey pants. Look at that thing. The fortress of Althena is huge. It's not Al. Look at that thing. The fortress of Althena is huge. Oh. Al. Not Al. Not Al. All. Look at that thing. The fortress is... Look at that thing. The fortress of Althena... Ha, ha, ha. Ha, ha. Look at that thing. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. I don't know why I get the second one wrong all the time. Ha. Sorry. Ha, ha. A little flim ball. Ha, ha, ha. That's a hair. Ha, ha. That's because you always ditched class, honey ply. Ply. Fuffa. That's... Honey ply. Honey fly. I am Zenobia, a descendant of the Forgotten Vile tribe. Sorry. Damn. I... I just have to look away after I do the descendant. I am Zenobia. God, I'm so sorry. I am Zenobia, a descendant of the Forgotten Vile tribe. Oh, God. There goes that vile. I am Zenobia, a descendant of the Forgotten Vile tribe. Sorry. God, that vile just wants to go up, up, up. Ha, ha, ha. I am... Sorry, I forgot my name. Ha, ha, ha. We are of the Plains tribe. I am Tempest, and this is Fresca. That man was trying to sell fake medicine to the desperate people here. He knowingly lied for profit. It is the rule of the prairie to execute liars. Why do you dare to interfere in our tribal affairs? Are you a liar... Ha, ha. A liar as well. A thief as well. God. See, I was trying to go off a memory, and it's... I've only been on that stuff for a day or so, so... Hasn't kicked in yet. Ha, ha. 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 I just got to sit on one. I was two. Sue me. Come on. I don't know. I'm not really a horse guy. I mean, I haven't lived in Reading all my life. I don't know really any cowboy... Hey, Cowboy Jim, can I come over and ride your horse? Yeah. Giddy up there, partner. Giddy up there, partner. I'm out of breath. I got to cramp. I got to cramp. Wow. Ich will mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken für ihre Unterstützung für den Kanal. Da hätten wir Snowville Year, Pan88, Miho Yem und Nikita. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt und an das Projekt Hegelau. Und das war's mit Lunar. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, abonniert meinen Kanal für mehr Videos, liked das Video, lasst einen Kommentar da und wir sehen uns wieder in den neuesten LPs. Macht's gut! Aber 바로 wir sehen uns. Und das war's mit mir.